Auf Du und Du mit Lu. Prominente zu Gast bei Natascha Ludrowski. Du und Du mit Lu. Herzlich Willkommen. Radio Arabella. Wir spielen Kronis. Heute ein ganz besonderer Nachmittag, denn ich lade Sie ein auf eine Gedankenreise in Grenzbereiche. Zusammen mit dem berühmtesten Kriminalpsychologen Österreichs Dr. Thomas Müllner und seinem Buch Bestier Mensch. Dr. Müllner, wenn man so wie Sie die dunkelsten Seiten der Menschheit beleuchtet, Sexualverbrechen, Serienmörde, grausliche Dinge, wie verarbeitet man sowas? Kann man da jemals abschalten? Nun, wie funktioniert das? Das eine ist, dass wir während der Ausbildungszeit, das FBI würde Sie nicht aus der Ausbildung entlassen, ohne Ihnen nicht bestimmte Strategien zur Verfügung zu stellen. Wie Sie mit Extrembeispielen, die an Sie herangetragen werden, wie Sie die verarbeiten können, eine Art Psychoägen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Komplexe Fälle bearbeiten wir in der Regel immer nur in den frühen Morgenstunden. Und den restlichen Tag verwenden wir, ich weiß es nicht, um ein Interview zu geben, um Tickets zu bestellen, um einen Bericht zu machen oder sonst irgendetwas. Das heißt, Sie haben schon alleine die Zeit, um von gewissen Dingen Abstand zu nehmen, wenn Sie dann um 18, 19 Uhr oder später nach Hause gehen. Bei Ihnen klingt das alles so selbstverständlich. Wahrscheinlich wird es das auch mit der Zeit. Ein wesentlicher Teil Ihrer Arbeit ist ja auch, Herr Dr. Müllner, mit Serientätern zu reden. Wie schaffen Sie das, diesen Bestien, unter Anführungszeichen, gegenüber zu treten, ohne Abscheu oder noch schlimmer, ohne Angst? Auf die Gefahren, dass es jetzt akademisch klingt, aber es ist eine Frage der Methodik. Ich verwende sehr gern das Beispiel, wenn wir beide Schach spielen würden und Sie würden sich während des Brettspiels fürchterlich darüber ärgern, dass meine Krawatte nicht gebunden ist, dass meine Haare nicht frisiert sind oder dass ich nicht vernünftig rasiert bin. Dann würden Sie beginnen, auf dem Brett Fehler zu machen. Sie gehen emotionell an die Sache heran und verkennen, was eigentlich das Ziel ist. Und wenn Sie jetzt die Obduktionsbilder von außergewöhnlichen Tötungsdelikten von Opfern zu analysieren haben, um Verhalten zu finden, würden Sie beginnen, Fehler zu machen, wenn Sie zu emotionell an die Sache heran gehen, so grotesk das klingt. Aber es ist ja meine Aufgabe, tatsächlich meine Aufgabe als Kriminalpsychologe, mit jenen Leuten zusammenzuarbeiten, die dieses Verhalten gezeigt haben. Um deren Entscheidungen zu finden, zu klassifizieren, mit anderen zu vergleichen, um dann einen konkreten Ermittlungsansatz zu geben, um eine Hilfestellung anzubieten. Aber nicht, um Fälle zu klären. Das ist falsch. Die Kriminalpsychologie kann keine Fälle klären oder lösen. Das macht immer noch die gute alte Kriminalpolizei. Ja, das meinen Sie vermutlich auch, wenn Sie öfter in Ihrem Buch schreiben, wir verurteilen nicht, sondern wir beurteilen. Darüber sprechen wir gleich bei Du und Du mit Lu, mit Kriminalpsychologen und Dr. Thomas Müller und seinem Buch Die Bestie am Mensch. Ist ein interessanter Nachmittag. Ich hoffe, Sie bleiben bei uns. Das ist ein interessanter Nachmittag.